Hallo, hier haben wir Black Ops 2 am Start. Hier Scorpion habe ich. Ja, funktioniert. Ja, also wir hatten vorhin die ganze Zeit Probleme hier mit dem scheiß Ton. Ja, man hat nur gehört, Abschuss bestätigt und so schwul sein. Jetzt läuft das Ding. Wenn du langsam startet, Gegenfahrer botzt. Keine Ahnung was für eine Stärke. So, Schlecher! Viel Spaß, ne? Sterb doch, du Fotze! Ich bin cool verkriechen. Alter, ich wurde gerade auf den Zielen, die dumme Bitch. Geh mir aus dem Weg! Ah, da bist ja du! Ja, natürlich bin da ich. Ah! Was glaubst du denn? Ich bin Radar. Ah! Ah, ich seh auch. Ich find das Scorpion eigentlich geil, weil die einfach so ne Feuer war. Der hat's halt schon mal voll daneben, bald irgendwelche Kugeln treffen immer. Und das ist gar nicht schlecht, weil mein Aiming ist nicht so großartig. Oh, bitte! Und der killt nicht! Kannst du nicht auch gucken. Was warst du? Dann schieß ich ins Kreuz, oh yeah! Was für Assist! Assist Man! Assist Man! Ohne Scheiße! Du bist hier der Assist Man! Ich bin der Killer! Assist Man! Assist Man! Assist Man! Assist Man! Hör auf! Wah, du Mann! Assist Man! Anges der Schlarem war es lag nicht! Oha, acäowana! Es heißt, nicht sterben oder? Dann sind ein Ab或ẩn drauf! Jaa, jaaaa! Jaa, du kennst ja regn Ja, Delicanidus. Und Volltreffer am Start. Ah, Panik! Panik! Ja, was? Ich will dich verkacken. Ich will die VTOL-Einheit. Die haut voll rein. Ja, ihr seht, die Fotze sind jetzt auch nicht gerade die Besten. Aber mir auch nicht wirklich. Deshalb, das gleicht sich dann aus. Hinter den außen. Ab ihn. Weil, wie kann ich dieses Scheiß-Geschütz machen? Voll ins Eierstöcke. Ey, obi am Start. Du siehst jetzt, wo die sind und wo die sind. Ja, ja, ja. Nein, töte mich nicht, du Schmuchte. Wenn mich du Schmuchte töte, töte ich ihn. Eine Runde später, aber ich töte ihn. So, meine ich, oder? BAM! Verdi, wie toll, Einheit. Ich hau dir mal die Wunde raus. Da laufen wir zu Hunderem und töten die Gegner. Das ist voll witzig. Ich weiß. Abschluss bestätigt. Hundestaffelbiss. Wieder mache ich danach, weil die Hunde snacken jetzt alles weg. Das wär so dämlich. Also perfekt. Drecks Hunde nehmen wir alles weg. Hi Hund. Gruß vom Härtchen. Ja, Gül. Wo willst'n du schwules Zucker hin? Oh, jetzt hat diese Hunde... Ihr seht, ich hab Flinderram statt, weil sonst Magazin-Gleider hin müssen. Ja, das hab' ich auch. Stockschwule. Sag's damit mal keine Hunde mehr zieht. Aus der Hüfte, aus der Hüfte. Oh fuck. Hey mein Hund, ich lauf immer nach. So Hunde soll's ja irgendwie auch einen COD-Ghost geben, aber ich find' die hier schon gar nicht schlecht. Außer die CAE, die ist scheiße. Und ich hab' den schwule Typ eigentlich einen Purs. Abgeschossen! Also, ich geh voll ab. Es waren 52, ey. Ja, ich hau' jetzt mal die Vito raus, okay? Man zieht's nicht. Da 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 da! Da da da! Da 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 da! Mach' mich aber ne kaputte Hure. Das ist alles leider nö. Du schlampe Aschie vor mir gekillt. Da 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 da! Lass' mir Gegner übrig! Ah, mein Geschütz, mein Geschütz. Ich sehe die Gegner gar nicht mehr. Ich auch nicht. Die kriegen sich alle im Gebäude die Drecksache. Du musst jetzt im Gebäude rumlaufen. Drehen und Raketen. Du, wenn die Raketen zack. Oh, du. Jetzt sind gar keine Gegner. Ey, Ballen de-auf mich ... Ey, Wichser, schießen auf mich, Mann. Gib den. Wo sind die? Ich bin nicht gestorben, ich bin raus. Alter, wir haben mit 12.60. Nein, 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 töte mich nicht. Glück auf. Alter, ich bin skrupellos, keine Ahnung, was ich weiß. Okay, ich würde sagen, wir packen. Das war ein Feind. Sonst wäre er kaum gestorben. Alter, du hast voll viele Geschütze oben stehen. So, dann machen wir halt jeder Geschütze und dann immer die ganze Mitte vollstellen mit den Geschützen. Dann müssten wir die Mitte nicht abdecken. AGR ist geil, den kannst du sogar steuern. Wenn du Bock hast. Jetzt auf beiden Seiten unten geschützt. Ey, den AGR kannst du steuern, wenn du Viereck hältst. Brauche ich nicht. Meine Geschütze, rein hier eins und auf der anderen Seite auch noch eins. Ich habe jetzt gar keine Gegner. Das war sie. Da, 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 da. Wie ist jetzt Abschuss? Reka, wo? Hallo, was sind die Drecksgegner? Ich weiß nicht. Lass mal Maschinenraum gucken. Da ist einer. Oh, ja. Ups. Ey, ich geh jetzt mal Maschinenraum. Ey, wir haben ja Orbi. Ja, ich. Wir sehen einfach deine Misch voller. Alter, du Drecksack. Ja, was? Du pilzt alles vor mir, dumme Bitch. Als ob ich warte, oder was? Ja, du sollst auf mich warten. Du hast dich nur wegen meinem Orbi gesehen, also warte auf mich. Okay. Du weißt, ich warte nicht mehr. Lauf halt schneller zu deren Spawn. Abgeschossen. Schönes. Ha, ha. Abgeschossen. Ha. Jetzt habe ich ja auch eine Orbi. Hi, Daku. Hi, Yannick. Hi. Ich meine, natürlich. Lange ne Wechsel her, gell? Ja, cool. Alter, scheiße. Drei Gegner. Alter, deine Geschütze machen gar nichts. Ha, ha. Jawohl, mein Geschütze. Alter, ich habe schon wieder Hunde. Gefistet hat mein Geschütze ihn. Gefistet. Ich habe schon wieder Hunde. Soll ich mit Orbi warten, oder? Ich bin schon brutal. Ich glaube, ich habe noch nicht einen, Dad. Du musst meine Leiche nicht steuern. Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen. Ja, ja. Hey, du musst ja meine Leiche decken, wenn ich im Vitoy bin, okay? Ja, ja. Ja, aber ich will nicht steuern. Ich will das auch nicht steuern. Warum fragt das mich jedes Mal? Also will ich nicht. Ich sehe es ein. Also so krass. Ich habe mir online gegen Hunde gekämpft. Du hast eigentlich keine Chance, weil die springen und dann sag ich rum. Die berühren dich eigentlich nicht mal. Die sind nur, wenn sie in anderen dran sind. Die steht hoch. Das ist voll stark. Ich habe mal in Ordnung. Du und deine Hausengeschütze. Das wird... Nein, du Wichser! Du blöde Schwuchtelarsch, Krampenarschen und Drechselarschen. So eine Schwule. Du Sau. So eine Schwule Scheiße. Die dumme Fotze, Alter. Das war meiner. Mir gibt es so viele. Ja, bei mir sind auch überall Geschütze von mir dabei. Alle, die haben meine Geschütze. Schüß mich ab, du Behinderte! Dreckshuhn! Ich meine natürlich Drecksuhren. Weil die Zeit vergeht wie im Flug. Ja, ihr wisst was ich meine. Warne Tod, wo ist der? Drecksnull. Du wirst nachher mal Geht drin anzuspringen. Ja. Ja. Was sind diese Bitches? Ich bin scheiße, was geht bei denen gerade eigentlich? Die machen mich voll gerne. Lol, ich bin gestaunt. Wenn ich jetzt noch einen Nicen Kill mache, dann mache ich aus, okay? Nein. Ach stimmt, wir spielen ja bis 20 Minuten. Ja. Ich vergete das immer. Aber Sven ist ja der Organisator. Wie viel haben wir? Helft der? Wow, wow, wow. Abschluss bestätigt. Boah ey, leck mir die Eier. Das kann man auch mal sagen. Abschluss bestätigt. Mhm. Der ist ganz nice. Oh, aim fail, aim fail. Danke Daku, der hätte mich gekillt, eiskalt. Mein Geschütz frackt hier die ganze Zeit Leute an. Die Bobs, die stehen immer vor den Leuten, töten die aber nicht. Und dann musst du sie abschießen. Die jetzt sind ich gestorben, das glaub ich selber nicht. Das ist auch schwule Scheiße. Und ihr seht, durch Plünderer muss nie die Waffe wechseln. Sehr zu empfehlen. Und noch ein Abschluss. Hau mal den Orbi raus. Und noch ein Abschluss. Und noch ein Abschluss. Hau mal den Orbi raus. Aber die Grenzen wir aber nicht um, wenn man die abschießt. Der ist der Lady. Jetzt snackt mir halt einer, der wird jetzt bald. Schütze, ausgescheitzt. AGR unterricht. Nein. AGR. Ein AGR ist unterwegs. Äh, was macht denn der da? Der würde ein AGR wegmachen. Hab ihn geseh. Hast du gut gemacht. Nein. 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 Ich bin einmal gestorben. Alter, Messerding jetzt. Das war's für ihn. Wer war Judas? Da ist einer direkt bei dir. Ich weiß. Aber ich muss den nachladen, Mann. Guck. Da hab ich noch nachgeladen. Fuck. Ah, geht auf blau. Runde. Alter, ich krieg nur Assists in letzter Zeit. Das darf es nicht geben. Du musst mal, ähm, hol dir mal Kriegsmaschinen. Das ist voll witzig, mit denen zu spielen. Und du kriegst ja nicht voll schnell. Dann kann ich mit einer eigenen Minigall und so rumlaufen. Ich hab das da noch nicht mehr gemacht. Dann muss ich auch mal meine Freunde zuschießen. Ich schau mal die Hunde zu. Hunde Staffel im Einsatzgebiet. Der ist schon oben drin, verdammt. Alter, ich hab langsam die Schnauze voll, die Schnauze voll, Junge. Alter, der Hund hat drei Leute gekillt. Habt ihr dann auch gesehen. Leute von YouTube. Alter, deine Argi erst, genau. Ah, ich krieg die ganze Zeit gerade einen Hund, der siehst. Du musst dir echt auch mal so hohe Abschussserien holen. Die hauen voll rein, so Loads da oder so. Das macht voll Bock, die zu steuern. Na dann. So Hunde nicht, weil die kannst du nicht steuern. Oder hol dir... Oder aus der Hüfte geht die Scorpion übel ab. Hol dir Todbringer. Okay, hol dir Todbringer. Jetzt wechsel ich gleich diese Dreckspawn. Bleib da, man deckt mich ab. Ich geh in die Wiese auf. Ich hau dir auch in Orbi raus. Was war's für Ihnen? Wau, das war's für Sie. Da, 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 da. Scheiße, jetzt der Stein. Walu, wie verimpfst du? Ja leck mich ein. Ja, ja, das ist voll scheiße. Ich schieb' dir mal Raketen, wenn's denn gehen würde. Jetzt leck' mir die Eier, du Scheiße, ich muss das Ding zu steuern. Wer schießt mich da eigentlich immer ab? Welche Scheiße? Alter, das ist direkt einer vor mir, der hat mich nicht getötet. Der stand direkt vor mir. Du wurdest gespawnt, der wurde direkt vor dir gespawnt. Spawnt kann ich sein, weil ich leck' ja. Aber dein Aiming ist auch scheiße. Ich hab' schon wieder bittoren Hunde. Das war nicht normal. Das warst du, okay. Okay, hol dir auch mal dann die hohen Abschuss, falls wir noch ein Match machen. Alter, wenn sie jetzt hier kommen, dann werden sie... Wie viele Abonnenten hast du? Keine Ahnung, unter 10. Unter 10? Ja. Solide Basis. Ja, aber wenn euch so ein Video gefällt, könnt ihr gerne abonnieren. Ich glaub' da muss durch keiner... Abgeschossen! Aber dir geht's glaub' gar nicht so nach Abos, hast du gesagt. Ja, Mann, aber was soll die Scheiße von Abonnenten? Ich find's immer noch besser, als wenn ich jetzt hier wenig Abonnenten hab' und hier das raushau, wie dass ich jeden, den ich kenn' sag' Ey, hast du YouTube Channel, ne? Komm, abonnier mich. Abonnier mich, abonnier mich. Und was heißt in deiner, in unserer? Ja. Auf Hund, mach sie fertig. Oh! Viele Gegner. Durch Lecher! Oh. Ohje. Und wo läuft der Spaß hin? Ah! Nein, nein, ich sterbe! Ey, willst du uns wieder ein bisschen weg? Wo bist du? Du siehst mich, ich bin der blaue Feuer. Ja, ich weiß, ich hab' dich gesehen. Ja, klar fühl ich das. Immer doch. Immer doch. Immer doch mit mir zuhören. Jetzt leck' mir die Eier, das geht's dir gar nicht. Wo sind da welche? Die sind alle irgendwie freundlich. Okay, warte, ich geh rein. Hallo, du dumme Bitch! Auf, lieg' schnell hin, Kerle! Ich will in die Richtung! Oh, das ist ja. Nein, ich fass mal. Hol' ich dann auch mal hohe Abschüssehre? Ja, das hast du mir jetzt schon zum 10. Marks, ja? Stimmt. Oh mein, halb fassen! Nein! Ich rass gar nur durch den Spawn. Welcher Wichser schießt mich da eigentlich immer ab? Nein! 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 Hey, steh doch auf! Schwule oder was? Ich hab' einer gekillt! Wer weiß, ich weiß. Nein! Ich wurde gekillt! Ich hab' schon wieder nen Beaton, das kann ja gar nicht sein. Andere auch nicht wahrstellen. Ich wurde gekillt! Ich hab's mitgefickt. Nein! Jetzt hab' ich hier ein 63-2. Was hab' ich? Schwule! Das! Ja, leck' mir die Eier schon wieder! Der ist unter uns, der Humo, lecker! Lütcher! Oh, frei! Mach' ihr Schossen! Schwule Hund, mach' den alle! Verdammt! Ey, noch 2,40. Scharfschütze ausgeschaltet! Das war'n Scharfschütze! Oh, fuck! Oh, fuck! Alter, deine Dreckshunde killen mir alles! Vor der Nase weg! Voll egal! Nee, nett so! Ah, ich krieg' immer nur 15! Aber dafür ordentlich! Alle! Jetzt geh'n's ja aber ab, die Bieste! Gib' denen mal Knochen, dann gehen die noch mehr ab! Ja, daran tut mir's doch anzunehmen! Aber immerhin geht der Ton, ey! Das war vorhin so scheiße! Das wisst ihr gar nicht! Ja! Ohne Ton spiel' ich einfach! Behindert! Alter, wann hab' ich den letzten Gegner gesehen? Äh, ich leg' mich wieder hin und geh' wieder, okay? Tu das, Judas! Alter, die laufen eiskalt an dem Gegner vorbei! Und jetzt, wenn ich komm', dann haben sie ihn gekillt! Der ist ja schwul! Du Pisser, Rockstein, geht toll! Ich schick' ihn nach vorne weg! Alter! Ich will nach vorne, ey! Du, wenn ich nach vorne drück', wie toll! Ich weiß, was es heißt, dass ich nach vorne will! Ah, hier! Ich kann die Prostitution ändern! Lol, hab' ich gesagt, mich gefällt! Du hast mich nicht gefällt! Oh, bitte! Danke! Diese Dreckschlampe! Und ich? Ich bin so schlecht! Lol! Der hat mich getötet! Abschuss bestätigt! Alter, die sind alle unten in der Maschine! Und noch ein Abschuss! Abschuss! Abgeschossen! Die Missionszeit ist fast rum! Das war's für ihn! Lass mal eine neue Abschusskamera raushauen! Dann renne ich jetzt hinterher bis Ende, dann messe ich den! Ah, der rennt weg! Nein, nehmen wir den nicht weg! sauber komm schon toll ich hab den voll schnell gemessen komm im flug im flug oh was ein aiming also drei schlüsse eins bis zum nächsten mal tschau